FineMetal bietet mit seinen Kontaktstiften und Prüfkarten High-End-Produkte für die Prüftechnik. Für jede Kontaktierung haben wir die passende Lösung. Deshalb setzen Kunden weltweit auf unsere Produkte. Ich denke, Mikrocontroller-Testung ist sehr zukunftsorientiert. Wird vielleicht noch alles ein bisschen kleiner, noch ein bisschen präziser. Es ist spannend und aufregend, weil jedes Mal habe ich dann ein anderes Produkt in der Hand. Ich lerne fast jeden Tag etwas Neues. Wir arbeiten im Reihenraum, weil wir mit geringen Toleranzen arbeiten. Man muss ziemlich aufpassen, wie man mit den Dingen umgeht. Man muss gucken, dass man keinen Schmutz verursacht. Die Probleme zu beheben, muss man in der Lage sein, die Schaltpläne zu lesen. Manchmal reicht die Grundlage Elektrotechnik nicht aus. Da musst du auch ein bisschen kreativ sein. Du bist nicht alleine und musst dieses Problem alleine ausbrüten. Wir lernen immer gegenseitig voneinander. Setzt du auch auf eine Branche mit Zukunft? Dann klick dich rein und Feinmetaller sein! Dropsaround. Untertitelung des ZDF, 2020